Siehst du, Valera, nichts ist zum Leben umsonst. Mein weißer Anzug ist auch nicht einfach so weiß. Da steckt harte Arbeit dahinter. Und natürlich sagst du jetzt, ich sehe nur dein Erfolg, dein Geld, Frauen, wie ich Jetski im Pool fahre und das ganze Geld. Alter, was für Erfolg, was für Frauen? Guck dich an, Mann, Alter, du hast ja nichts. Halt's Maul, ich kann dir nur eins sagen. Hinter Glanz und Theater gibt es immer ein Backstage. Und da hinter den Kulissen ist nicht immer ein Glastisch oder Ananas und eine Goldschisha. Alter, nein, da wird hart gearbeitet. Du bist arbeitslos, Alter. Frag mich mal, warum mein Anzug nass ist. Ja, warum? Weil es 30 Grad draußen ist und du trägst den Warn und Anzug. Falsch. Weil es durchnässt ist mit meinen Tränen, die mich jahrelang dazu gebracht haben, zu dem, was ich jetzt bin und dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Wo stehst du? Beim Pfannflaschenautomat. Nein. Hast du Hamlet gelesen? Nein. Ich kann dir nur eins sagen. Er hat gesagt, Pfandautomat oder Geldautomat. Zweibig bezieht trotzdem Arbeitslosengeld beim Staat. Und die Moral von der Geschichte? Wadig ist Garnele und ich nicht. Ha!